Hallo ihr Lieben, wir machen heute wieder einen Glaszauber-Speldger und zwar für Prüfungsangst und Wissen. Das heißt, wenn ihr, egal ob Schule, Studium, Ausbildung, da ein bisschen Unterstützung braucht und auch bei einer Prüfung in irgendeiner Weise bevorsteht, Basiswissen zu wie man Speldgers macht, gibt es ein eigenes Video auf meinem Kanal, schaut euch das für Details gerne an. Und ihr könnt alles Speldgers bei mir auch im Shop kaufen, wenn ihr die nicht selber nachmachen möchtet. Die Gläschen werden zuerst mit dem Räucherstäbchen innen und außen gut gereinigt, dann kommt hinein Salz als Basis, Zimt, Nelke, wichtig, dass die Zudaten gute Qualität haben, ihr wisst eh, vielleicht sogar selber gepflückt, entladen, aufgeladen, vorher eventuell sogar besprochen, mit der Intention, ich schaffe die Prüfung, ich lerne leicht, ja, ihr könnt euch auch einen Spruch dazu machen, wie einen Zauberspruch. Es kommt Wacholder hinein, Geranienöl, wenn ihr habt, ich habe da so ein ätherisches Öl, muss aber nicht sein, ihr könnt als alternative Pfefferminzöl verwenden, Pfeffer kommt hinein, Holunder, Eisenkraut, Flieder, wenn ihr habt, ja, ähm, genau, als Heilstein würde ich den Amethysten nehmen, und der ist eigentlich auch relativ einfach zu bekommen, also das sollte eigentlich nicht so das Problem sein, das heißt, Amethyst vorher bitte entladen und aufladen, sehr wichtig, ja, bevor ihr das ins Gläschen gebt. Ja, das Ganze wird befüllt, ich habe hier zwei gleichzeitig befüllt, ich weiß, deswegen, ja, und, ähm, genau, wichtig, immer auch in diesem Gefühl zu bleiben, macht die Gläschen nicht in der größten Prüfungsangstsituation, macht die in Ruhe, damit ihr auch diese Manifestationsenergie während dem Prozess da einfließen könnt, ja, in einem Sicherheitsgefühl, in einem Ruhegefühl, was wollt ihr für die Prüfung haben? Ruhe, ja, Stabilität, ja, ähm, genau, diese Gläschen helfen euch einfach nur unterstützen, eure Energie, damit ihr die Prüfungen einfach schafft. Das Gläschen wird dann zugemacht, wir nehmen als Farbe Violett, und das wird verschlossen, zugeknöpft, und, ähm, dann wird das Gläschen versiegelt, und versucht wirklich Kerzen zu nehmen, die aus Bienenwachs sind, wenn möglich, ähm, und auch wenn möglich durchgefärbt, wenn ihr mit der Farbe dazu arbeiten wollt. Ich, ähm, arbeite das sehr, sehr halt einfach auch mit bewusst, mit Farbwahl. Ihr könnt natürlich auch bei den Gläschen was draufmalen oder nicht. Ich habe jetzt hier den Korkenblau angemalt, ähm, blau ist ebenfalls eine NRG, damit arbeiten im Grunde ganze Marketingfirmen auch für Information, ja, und so haben wir so eine Violett-Blau-Kombi, ja, quasi Richtung Farbtherapie, Farbmagie ebenfalls hier mit eingeschlossen. So, ihr könnt jetzt hier beim Versiegeln auch sagen, ich aktiviere mit dem Element Feuer, und dann könnt ihr eben ein paar Worte sagen, ähm, eben positives Absolvieren von Prüfungen, die Ruhe, etc. Ihr könnt euch auch ein kleines Sprücherl aufschreiben. Ja, viel Spaß beim Nachmachen und alles Gute für jegliche Prüfung. Tschüss! Musik 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 Musik